so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die carolos von argento eine schöne neue batterie mit 30 mm kaliber und 320 gramm was war denn jetzt los ja ist eine batterie die sehr schick ist hat sich glaube ich der lennart geholt ist wieder so typisch goldweide mit so bunten spitzen und dieser baukörper scheint mir relativ neu zu sein ist halt ein 16 schusser wie man das kennt aber halt auch 30 mm aber so klein habe ich so selber glaube ich noch nicht von argento gesehen aber wir gucken uns jetzt nicht die batterien als solches an sondern die effekte und zwar let's go jetzt sind wir die carolos ja dann das wird jetzt gezündet das wird jetzt gezündet die carolos fakt ich bin erfreut über diesen fakt abfahrt ganz edel als ganz ganz edel der aufstieg die zerlege alles ist ein schönes ding ja